Okay, jetzt geht das endlich. Verdammt. Ja, lacht dich kaputt. Egal, komm, spiel weiter. Das ist aber nicht. Ja, heute ist der letzte Part mit ihm. Dann, warte, kommst du eigentlich morgen wiederkommen? Maybe. Morgen ist Dienstag, ja. Morgen hab ich Zeit aufzunehmen. Sehr viel aufzunehmen. Ich glaube, hier ist was. Mann, wie schade. Hier muss irgendwas sein. Das war irgendwie... Warum kommen die ganze Zeit die Affen? Normalerweise würde ich denken, hier gibt es Cooper oder so. Warte, das hab ich erst gerade gemerkt. Guck mal, von der... also von der richtigen Welt her. Also von unserer... Wie soll ich das sagen? Das klingt irgendwie jetzt so... Weißt du eigentlich, was ich sagen will? Nein. Du weißt doch, von unserer Welt her. Also der richtigen Welt. Ja. Hast du jemals bei einer Mario-Spiel irgendwas gesehen, was von unserer Welt ist? Das zum Beispiel, ein Apfel. Achso, ja, bestimmt. Ja, ich... Bei... keinem Mario-Spiel hab ich irgendwas anderes gesehen. Immer so... Aber bei Mario-Spiel... Ja, Mario. Weil andere... Ja, ich weiß, das gibt es auch manchmal. Aber von Mario hab ich noch nie einen Affen gesehen. Achso. Das ist... Das erste Mal, dass irgendwas... Äh... Dass irgendwas von unserer... Ey, du musst das erklären, klingt das wohl behindert. Ja, aber Cooper sind doch auch hier. Nein, nein, die können sich irgendwie, äh... Irgendwie Blackdance machen in der Luft und so. Aber das sind Affen. Die können mit... Die können mit, äh... Mit Ananas, mit Melonen-Körnern irgendwie anspucken. Das geht ja. Das können die. Ja, wenn du die keine Essen gut hast und nicht die Melonen. Was? Was ist? Die können so weit spucken damit. Ey, die können wirklich? Ach ja, Ramos, äh... Ja, Leute, ich sag immer noch keinen Namen. Äh, Ramos, äh... Das Essmädchen gesehen, äh... Geguckt hat. Das Ess... Nein, was? Das Essmädchen. Du weißt, welches Mädchen ich meine. Achso, ja. Ramos, wie ein Video sie einmal gesehen hat. Äh, ihr Freund hat das ihr geschickt. Ramos, was da drin war. Affe? Äh, weiß nicht, sag mal. Da war ein Affe und der hat einen Froschen in der Hand gehabt. Er hat diesen Froschen so gedrückt, dass der Mund irgendwie ganz weit offen war. Oh, mein Gott. Und Ramos, was er dann gemacht hat. Er hat den... Den Froschen genommen und hat es gegen seinen Schwanz gemacht. Das Mädchen hat ganz oft gedacht, dass... Der Affe spielt gerade ganz oft mit dem Boden. Ey, ein Affe... Der Affe... Die meinte, der Affe ging richtig ab, Alter. Er hat... Was soll ich sagen? Aber es ist nicht heftig. Der Frosch war auch noch so groß. Ich habe erst gedacht, weil... Weil ich dachte, irgendwie... Ach, egal, das ist vielleicht zu pervers. Da sieht der mich in ganz anderen Augen. Was willst du tun? Nein, du weißt, du wirst ja bald gehen, deswegen. Ah, aber wie ist es nun? Was denn? Was für so? Was, ich habe schon. Okay? Ich mache so, was? Warte, du jetzt. Na, das war etwas zu weit hier. Verdammt! Okay, komm, aber du willst durchwaschen, oder nicht? Du wirst nicht, richtig? Du wirst du nicht. Okay, ich habe mich wieder gehört. Dreimal? Ja. Ich ziehe mit. Ich merke mir ja schon alles. Ich kann mir gut sagen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Was habe ich vor... Ich kann das in den Kommentaren. Egal, ich überrede dir all die, dass sie sagen. Nein, kannst du nicht. Und ich über die anderen. Eins, zwei, drei. Oh man, drei. Verdammt, ich muss noch voll viel aufnehmen. Heute ist 28. Oha. Ich habe noch 15 Tage. Was? Ich muss in diesen 15 Tagen so viele Videos aufnehmen. Ja, Leute, ich habe momentan... Kommt darunter. Hoffe ich. Okay, das war ein bisschen auch irgendwie... Ja, das sind getroffen. Also Leute, ich muss in diesen 15 Tagen insgesamt... 64 Videos aufnehmen. Ja, ich weiß, dass ich viel. 64 Videos. Du denkst, ich schaffe das? Muss sie. Wie doch immer. Wenn du willst, wenn du willst. Oh, wenn nicht, dann machst du einfach letztens. Nein, Mann. Hast du gesagt, letztens. Ja, okay, letztens. Letztens könnte ich auch machen. Die hat nur eine Blume gefehlt. Warte. Jetzt ist die Ober... Okay, das geschafft. Warte, letztens. Ich habe echt lange nicht mehr gesungen. 69. Was für eine schöne Zeit. Ja, ist klar. Ersetzen wir, du doch. Ja, ich heute habe ich so viel ver... Habe ich auch. 81, 69, 69. Die 90 ist kein Zeichen. Rubbeln. Nein, Glückskarte. Ja, jetzt über 30. Okay, jetzt, okay. Ich brauche mir immer drei... Ach, du hast das andere. Einmal ganz rechts. Ups. Die mit dir. Und die ganz rechts um. Oh. Ich habe das Bessere gesucht. 69er-Stellung. Was ist das denn, Sonic? Der gibt es doch. Nein, ich weiß nicht. Stachelhöhle. Die wird lange dauern. Ich weiß nicht. Komm mir so vor. Ey, haben die irgendwie ja nichts anderes gehabt, außer... Offen oder was? Ich bin in eine andere Richtung, wo ich nicht hin muss. Oder? Ja. Ich dachte schon. Die Musik im Spiel ist eigentlich auch geil. Oh. Oh, wie traurig. Verdammt. Ich weiß nicht, wieso. Jedes Mal, wenn du spielst, will ich, dass du ganz so failst. Ich bin mal geil, irgendwie. Was? Ja, ich bin so cool. Der Eagles? Ja. Ich achte eher ganz sicher auf die Musik, weil die so geil ist. Oh, ne, Trappe. Okay, ich dachte am Anfang, dass ich jetzt gehört. Den, 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 den. Ah, Blume war irgendwas. Ich liebe das. Was denn? Okay. Gut. Jetzt bist du ein Drauguran. Yeah. Oder ein Glurak. Warte, ist das ein Schuhzuch? Das ist ein Maulwurf. Ist ein Maulwurf? Ich hasse das. Das passt. Ich hasse diesen Maulwurf, weil ich hasse, die Steuerung ist auch noch so behindert. Guck doch. Ich weiß, ist wirklich so. Guck mal, ich weiß gar nicht, was da, ach, guck mal. Ah, mein Ohr tut weh. Ja, kannst du, sei Dank, kannst du mit mir hinteren. Oh, ja, er berichtigt mich richtig. Oh, shit. Egal, kannst du noch mal, oh. Kann ich nicht, oder? Doch, kannst du noch mal. Okay. Kannst du steuern? Oh, okay. Aber soll ich, er soll ich mein Gamepad holen? Ich weiß nicht. Dann muss ich diese Tastenkonfiguration machen und alles. Wie du willst. Diesmal kannst du mit den Hintern durch. Hä? Din, din, din. Ach ja, eine Frage, wir waren eigentlich welche Schüler von deiner Schule, äh, heute bei irgendeiner Gala? Weiß nicht, warum? Weil heute waren irgendwelche asozialen Kinder da. Ey, willst du alle wie gut ein, sowas? Gib zu, ein paar von deiner Schule sind asozial. Ja, guck. Guck doch dazu, wo ich ja aussie noch. Egal, jetzt habe ich auch schwarz auf weiß, muss ich das asozial. Nee. Ja. Jetzt habe ich auch ein Anime-Fan und der hier, ähm, rocken siegelt und deshalb nicht asozial. Das hast du gesagt. Tschüss. Von wo hast du, ach so, du hast ein Schlüssel von da geholt. Du musst über die Wappen. Guck, guck mal, ey. Von wo kam das Ei? Guck mal, ganz kurz, ich will nur was gucken. Okay, wenn das um sowas geht, hast du echt ein gutes Gedächtnis. Aber du kannst das auch mal ein. Guck da oben. Ja, wie willst du dann hochkommen? Keine Ahnung mehr, wie das geht. Geh einfach rechts. Geh da. Bist du am Ziel? Ja, da war nur ein Woh. Ach so, musst du mal den Schlüssel nehmen? Um da an deinem Ziel zu kommen? Wirklich? Bundeschallenge. Bist du einfach falsch. Warte? Wir haben bis in elf Minuten aufgenommen, bist du in der zweiten Welt fertig. Ey, Musti, du bist gut. 81. Okay, dazu gibt es keine Stellung. Ja, nur über den 7. Bestimm den Kamasuta. Was ist denn das also? 89? 88. Du sieben. Warte, wie, äh, was ist das für eine Stelle? 81, was ist, 88? Du weißt, so, 88. Was ist 88? Egal. Sag ich nicht später. Ist irgendwas mit Nazis? Ja. Ja? Hm? Schwer auf alles? Ich wusste es gar nicht. Ja, hab ich mal so aufzugehört. Und das stimmt, weiß ich nicht. 88. Monkey. Monkey. Nein. Okay. Bart, Bart. Bad. Bart. Ach, Mann. Ich hasse so lange, wenn diese Appengriff für die Appen... auch Scheibe jetzt mit Stelzen. Was ist denn das? Was hast du gemacht? Hab nichts gemacht. Egal, jetzt geht's ja wieder. Ist ja gerade zu übermächtig für dich. Äh, für die... irgendwie das Spiel, dass du so gut gespielt hast. Und warum muss man jetzt... Egal, ich kriege den schon gut. Ich glaube, ich nehme das lieber mit. Ersorfen die? Ja. Ja, ja, pass auf. Fahrt zur Hölle. Aber der nicht. Oh, Mann! Wie wollte ich jemanden nicht... Den, 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 den. Wen wolltest du retten? Nein, ey, ey, ey. Ich finde das schlimm. Ach so. Ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Hallo? Hat er dich, glaube ich, so zurückbekommen. Hm, hm. Äh, äh. Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich gut, aber... Ich bin irgendwie zu voll, mehr zu schreiben. Ich mach immer das... Ich mach irgendwie... Ich weiß nicht, wieso ich... Ich weiß gar nicht, warum ich das so gelernt habe. Ich mach immer das Wichtigste in der Klausur. Aber meistens wollen die Lehrer das alles ausführlich haben. Wie ich auf diesen... Wie ich auf diesen... Wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Aber ich mach das nie. Ich will ja nicht, ne? Was ist da? Da war so irgendwo so ein Spezial. Ja, du hast ja keine Zeit, deswegen... Einfach durchwaschen. Was passiert... Was passiert eigentlich wohl, wenn die ganze Zeit ruhig sind? Wieso kann der Affe dusch deinen Schwimmen? Ja, das ist nichts. Ach ja, einen Monat noch. Dann... Ein Monat, dann... Äh, Japan-Tag. Nein, zwei Monate. Hey. Und ein Geburtstag. Hey. Mein Geburtstag ist auf Wangen. Das klang gerade richtig nach Patrick. Hey. Du bist auf Patrick? Ist da? Bald ist doch mein Geburtstag auch noch. Ja, und danach kommen die ganzen Videos. Die meisten beschweren sich jetzt schon, dass ich hier keine Videos hochlade. Aber ich hab denen erzählt, dass die Videos... Oh, oh. Dass die Videos schon oben sind, aber trotzdem. Ein Mädchen... Ein Mädchen gefällt mir in Nusuma, Let's Play. Folipura hieß das Mädchen, glaub ich. Folipura. Tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Kennst du das Mädchen, oder was? Ja, kenn ich. Wie heißt die... Ich kann die aber heute an. Ja, wie? Die ist nicht auf mein... Doch, die ist auf mein... Ah, geil. Ups. Egal, das ist deine Zeit. Ich hab alle Zeit der Welt, das ist mein Ziel. Ey, der geht einfach. Ich sag mal vor, du wärst einfach... Was wäre passiv, wenn du ein Ziel jetzt gekommen wärst, wär Baby Maro noch da? Ich weiß nicht. Das ist echt ein Testwert. Nein. Es ist nicht input, sprach mal, kannst du gut tun. Was war der Weg? Wenn du so was, ist... Da bist du so an der R motivationswitter thứ. Ich squeeze mir diese Probleme wollen. Was ist mein Tier? Die Bühne? Wo bleiben denn? braune dringend das klingt echt pervers egal egal heute war ich pervers das ist noch nichts was sie gerade erlebt hat bei mir ich glaube du schaffst es doch nach hause vor und bevor es zwei ist das für ein fiech die dinge vor mit dem von ross an haus kurs leppen russ an aber einmal sein ich verstanden diese russ an aber einmal so an dem ich das gucken ich weiß nicht wieso weiß wieso ja aber immer es war dick hat das er hat die russ an lücken gehabt immer zurück nicht aber auch mal wartet sein russ anna russ schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du wir sind durchgehend also ist das geschehen und so das muss man immer machen aber das ist herr wo ich ganz schnell das ist das Richtige hier mach schnell er hat es schon bekommen ich hab bisher jedes Spiel gegen ihn gewonnen was das ist glücklich ich weiß aber trotzdem bisher jedes Spiel trotzdem bisher jedes Spiel gegen ihn gewonnen jetzt wirklich jetzt wirklich jetzt die Part wenden ja nach diesen hier komm noch komm noch mal einfach mal einfach dann durchwaschen einfach mal ein durchwaschen das war ich doch nein ich meine ich hier einmal beim boss nur spaß denn 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 und mann zu zweit mal ja kommen durch waschen ich wollte eigentlich mal zuhause sein komm und geh vor mir jetzt noch neun Minuten schaffst du es in neun Minuten irgendwie zum Boss der dauert lange komm der dauert lange komm woran wusstest du das der dauert lange der dauert lange wirklich lass uns ehrlich lass uns mal für die paar Wetten mit okay wir sehen uns das nächste Mal tschüss das waren gerade 15 Minuten aber egal tschüss 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 das war